Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige wichtige Gegenteile an. Zuerst die Wörter. Jemand, je, jemals, immer, jeder und alles. Achtung, manchmal gibt es mehrere Lösungen. Jemand, niemand, keiner. Je, nie. Jemals, niemals. Immer, nie. Jeder, niemand, keiner. Alles, nichts. Und noch einmal. Jemand, niemand, keiner. Je, nie. Jemals, niemals. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und ihr könnt ja unten in den Kommentaren einige dieser Wörter verwenden. Bis dann. Ciao. We Obsessen. Bis dann. Bis dann. Griets. Bis dann. Le firing. Das ist ein Akkut. Wir machen. Sorry. Wir sehen uns. Wir treffen uns. Wir hacen uns. Wenn wir Anti-R wholesen..? Aber wir lassen uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.